Was ist die Gang für die Nachbarn? So ein kleines Kaff im Nirgendwo mehr oder weniger und dort bin ich hingefahren und habe versucht, mal eine Gang richtig aufzubauen und den Leuten zu zeigen, ey Mann, wie man als Gangleader auch in so einem Kaff richtig tight nach vorne bounce und hier kommt unser Beitrag dazu. Zieht es euch rein, ey. Hi, ich bin der Marc und habe mir den Olli gemietet, dass er einen Tag lang meine Gang anbringt. Hallo, jo, es geht. Sind Sie hier der Pimp von dem ganzen Fahrradladen? Ja. Ich brauche fette Luft für die Bikes von meiner Gang. Guter Mann, wie heißen Sie denn? Ich bin der Bernd. Der Bernd? Oh, darf ich Sie direkt duzen? Ja. Ey, yo, Mann, das ist der fette Bernd hier, der die kühle Luft hat. Go Bernd, 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 Go Bernd. Okay, Bernd, ich gebe dir ein Beat vor. Eins, zwei, drei. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch? Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. So lange, bis ich den fetten Holzmichel platt mache mit meiner Gang. Alter, Alter, wer Onkel hört, ist ne Schwuchtel. So, wir müssen weiter. Spaß noch, das ist aber ordentlich. Ich will keine Leute in der Gang haben, die einen größeren Penis haben als ich. Und das waren eindeutig vier Zentimeter. Und je, seid ihr auch ne Gang? Wir sind die Belton Canics. Wer seid ihr? Die Belton Canics. Die Belton Canics? Ne, ist der fest. Nehmen wir uns an, die Leute. Hallo, wir sind die Nachbarn. Okay, dann würde ich sagen, zieht mal die Turnschuhe aus. Weil das jetzt unsere sind. Und hey, und die Fake... Komm, wer bettelt rum, Alter. Und die Fake-Rolix auch. Okay, okay, ich bettel rum, ich hab da kein Problem mit. Ey, als Lieder, als Lieder stelle ich mich dem Bettel. Nichtig. Okay, wer von euch hat's am meisten nötig? Mal ein freiwilliger Vorrat. Okay, dann komm mal mit. Ich hab dich jetzt grad hier so gesehen und ich muss schon sagen, du siehst echt gut aus. War auch noch ein Krieger. Alter, das spielt keine Rolle, also. Sehr lieber, was jünger, was hübscher, was so. Auch was zu rauchen da und so. Ne, das ist ja toll. Danke für euch, ne, danke schön. Ich hab auch ne Bon. Och, das ist so ne... So ein Kräuter-Tee im weitesten Sinne. Neu, neu. Okay. Oder haben Sie schon etwa ein Homie am Start? Shit happens. Ach, das ist er. Der weiß gleich. Okay, hey, hey, bleib cool, DMX. Ich will keinen Ärger mit dir haben. Ey, lass deinen Kampf und einfach da, wo er ist. Die Stadt ist groß genug für uns beide. Bleib einfach cool. Okay? Nimm dein Chica wieder und wir haben hier kein Beef. Okay? Cool. Hab ich die Sache einfach mal geklärt. Okay, alles ist cool. Ihr seid cool. Wir sind cool, wir sind weg. Okay, Gangpims. Wo hängen wir denn richtig cool ab und können noch so ein bisschen chillig den Abend beenden? In der Bahnhofskneipe. In der Bahnhofskneipe. Das hört sich nach coolem, fetten Beat und Stuff an. Okay. Meine Gang und ich, wir sind mächtig durstig. Deswegen zwölf doppelte Kiba. Aber... Zack, zack. Danke. Das Gleiche nochmal für alle. Prost. Prost. Oh, mein Herr. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Okay, Brüder, ey, ihr seid meine Nigger, ihr seid meine Gang, ihr seid cool, ihr seid tight, real, bounce, fetter Shit. Und am Ende wollen wir natürlich auch noch für B.I.G. und Tupac da oben einen fetten Song kicken, okay? Holt eure Hefte raus. Song 44. Yeah. A one, a two, a one, two, three, two, four. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Peace I'm out, ey. Yeah, yeah, yeah. Alter, Maximum Respekt an die Mundorgel. Okay, Mann. Das war fett. Dann feiern wir noch eine fette Party und ich hab für je noch eine kleine Überraschung. Eine Tüte Gras. So, mach's gut und singt an mich.